Spektakuläre Auslieferung letzte Woche in einer Nacht-und-Mebel-Aktion. Die betroffene Person wurde um 2 Uhr in der Zelle geweckt und um 6.50 Uhr wurde Vollzug der Überstellung an die österreichischen Behörden gemeldet. Es gab eine einstweilige Verfügung des Bundesverfassungsgerichtes aus Karlsruhe, dies zu verhindern. Doch leider wurde sie zu spät erlassen. Damit herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Eine wirklich krasse Sache, die wir uns heute anschauen. Es geht um die Auslieferung von Maja T., Mitglied der Hammerbande. Wenn ihr nicht mehr wisst, wer die Hammerbande ist, dann schaut in meinem Telegram-Kanal vorbei. Dort könnt ihr dieses Video, von dem dieses Standbild hier ist, euch anschauen. Der Generalstaatsanwaltschaft Dresden sind über 600 Stunden Videomaterial überreicht worden. Sie wird gesucht in Ungarn wegen versuchten Mordes, schwerer Körperverletzung und versuchten Totschlag. Maja T. ist jetzt eine non-binäre Person, die ihre Auslieferung nach Ungarn verhindert. Und dann wollte, weil ihr dort keine fairen Haftbedingungen ermöglicht werden könnten. Letzte Woche Donnerstagabend hat das Berliner Kammergericht entschieden, dass die Auslieferung nach Ungarn keine Menschenrechte verletzt, nachdem sie schriftliche Garantien von den ungarischen Behörden bekommen haben. Donnerstagabend wurden auch die Anwälte von Maja T. darüber informiert. In der gleichen Nacht um 2 Uhr klopfte es an der Zelle von Maja T. Man riss sie aus dem Schlaf. Die Polizisten in Dresden, sie haben sie dann zu einem Hubschrauber verbracht, der ab 4 Uhr fliegen konnte und haben sie dann in das österreichische Bundesgebiet überstemt. Und genau da haben sie vermutlich einen Trick angewandt. Die Rechtsanwälte, sie schäumen jetzt, man hätte den Rechtsstaat ausgedrickst. Nein, der Rechtsstaat hat anscheinend von langer Hand geplant, wie man sich hier noch mancher Personen entledigen kann und der Dinge herbleiben kann. Wir können das Ganze rekonstruieren. Am 27. Juni, letzte Woche Donnerstag, um 17.26 Uhr ging der Anruf bei den Anwälten von Maja T. ein, dass das Auslieferungsersuchen den Ungarn, dass es stattgegeben wird vom Kammergericht Berlin. Um 2 Uhr in der Nacht klopfte es dann an der Zellentür. Um 6.50 Uhr wurde dann gemeldet, an die österreichischen Behörden ist die Überstellung erfolgt. 6.50 Uhr Freitagfrüh. Um 7.38 Uhr ging erst der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung beim Bundesverfassungsgericht ein. Darüber hat man auch die Generalstaatsanwaltschaft in Berlin informiert, und zwar um 8.30 Uhr per Telefon. Der Beschluss wurde dann um 10.50 Uhr überstellt. Also Karlsruhe hat mal sehr schnell gearbeitet und gegen 11 Uhr wusste auch die Generalstaatsanwaltschaft in Berlin Bescheid, dass hier Karlsruhe sagt, es gibt Auslieferungshinderungsgründe. Da war es aber schon zu spät. Die Generalstaatsanwaltschaft Berlin hat dem Bundesverfassungsgericht eine E-Mail geschrieben um 11.47 Uhr, dass Maja T. bereits um 10 Uhr an die ungarischen Behörden übergeben worden sei und der Fall damit abgeschlossen ist. Und das Interessante ist, sie wollen sich jetzt hier rausreden, in dem Beschluss steht zwar, dass man durch geeignete Maßnahmen eine Übergabe des Antragstellers an die ungarischen Behörden zu verhindern und seine Rückführung in die Bundesrepublik Deutschland zu erwirken habe. Und da man das anscheinend hat kommen sehen in Sachsen, hat man sie an die österreichischen Behörden überstellt und hat die Österreicher gebeten, sie an die Ungarn durchzuleiten. Ein sehr unübliches Verfahren und so sind es die Österreicher, die Maja T. nach Ungarn überführt haben. Die Deutschen können gar keine Rückführung somit beantragen. Die Fronten, sie sind sehr verhärtet. Jetzt sagen einige, die Berliner setzen sich über das Bundesverfassungsgericht hinweg. Die Berliner Generalstaatsanwaltschaft, die hat sogar extra nachgefragt beim Senat in Berlin, welche Rechtsauffassung denn der Senat in dieser Frage vertritt. Und Karlsruhe sieht sich wohl im Moment nicht genötigt, hier noch weiter vorzugehen. Es soll dazu ein Hauptsachverfahren geben. Und wenn ihr die Videos im Telegram-Kanal gesehen habt, dann wisst ihr, ja natürlich müssen wir Maja T. nach Ungarn ausliefern. Wer ins Ausland fährt, um dort Straftaten zu verüben, kann nicht bei uns sicher sein vor Strafverfolgung. Das geht absolut nicht. Und wenn in Ungarn man als Europäer nicht mehr in Haft sitzen kann, dann hätten wir generell eine Frage, die wir in der Europäischen Union mal klären sollten. Wenn sie denn immer alle sagen, der böse Orban, ach jetzt sind die Gefängnisse auch so böse, dass wir dahin nicht mehr ausliefern können. Das wäre mal was Neues. Und ich bin gespannt, wie das jetzt hier ausgeht. Auf jeden Fall, sie schäumen alle vor Wut in Berlin. Und der Staat, der starke Staat, hat endlich mal klare Kante gezeigt. Er hat gewartet auf das Urteil und hat dann in einer Nacht- und Nebelaktion Maja T. aus der Landes geschafft. Ich weiß nicht, warum sie sie unbedingt loshaben wollten oder ob es irgendeine Absprache gab, dass Orban jetzt Wert darauf legt, dass in seiner Ratspräsidentschaft auch diese Straftäter nach Ungarn zur Strafverfolgung zugeführt werden. Das ist auf jeden Fall höchst spannend. Der Rechtsstaat, er hat hier gewonnen. Die Abschiebung, die Auslieferung war quasi schon erledigt, als man bei Karlsruhe Verfassungsbeschwerde eingelegt hat. Die Anwälte beschweren sich jetzt, dass man auf Auslieferungsentscheidungen keine Rechtsmittel einlegen kann, sondern nur Verfassungsbeschwerde. Ja, das ist auch gut so. Wenn ein Gericht entschieden hat, dass das in Ordnung ist, dann ist das auch in Ordnung. Immer dieses Anzweifeln und bis nach Karlsruhe gehen. Was ist denn das Problem beim Kammergericht in Berlin? Wenn sie die AfD verurteilen, dann sind alle immer ganz froh und klatschen Beifall. Oh, wie toll der Richter ist. Jetzt wird eine Linksextreme ausgeliefert nach Ungarn und da ist es plötzlich nicht mehr in Ordnung. Sie sind bigott, aber es ist hochspannend, wie das Ganze weitergeht. Es ist auch politisches Spiel dabei, aber wie gesagt, wenn ihr das Video gesehen habt, es ist der Hammer, was sie da anrichten. Sie fahren ins Ausland und wollen andere Menschen töten und meinen dann die Deutschen. Beschützen sie hier vor der Strafverfolgung. Das ist linke Logik. Ich bin gespannt auf deine Meinung. Abonniere den Kanal, abonniere auch Telegram für die unzensierten Bilder und damit sage ich ciao. Bis bald.